Tolles Aussehen, nachhaltiger Schutz. Unsere Ideen bringen Leben und Emotionen in Ihr Zuhause. Nutzen Sie unser geschultes Auge und lassen Sie Ihre Fassade auf Schwachstellen überprüfen. Egal ob Holz, Metall, Wärmedämmverbundsysteme, Fachwerk, Beton oder Mauerwerk. Für Ihre Wohnträume setzen wir unseren Mix aus traditionellem Handwerk, einer ideenreichen Beratung, optimal abgestimmten Systemen und modernen Arbeitstechniken in die Tat um. Einzigartiges Design für einzigartige Menschen. Lassen Sie sich anregen von Accessoires und Design für Wand, Decke und Boden. Das Zusammenspiel von Farben und Materialien im Raum sind Basis für mehr Wohnlichkeit und Lebensgefühl. Wir entwickeln mit Ihnen maßgeschneiderte Raumkonzepte, die Sie begeistern werden. Willkommen bei den Experten für ein schönes Zuhause. Ihre Tanja Senftleben Anf criticVI Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.